Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Google Tabellen die Funktion Filter nutzen könnt. Die Filterfunktion ist super einfach und super cool, denn ihr könnt wirklich relativ schnell Daten filtern. Wir können zum Beispiel hier aus dieser Liste sehr schnell nach dem Namen, nach der Produktgruppe, nach dem Umsatz filtern und zum Beispiel auch kombiniert. Und in einem weiteren Tutorial zeige ich euch, wie das Ganze sogar mit Import Range kombiniert wird. Das heißt, wie ihr zum Beispiel auf Daten zugreifen könnt, die zum Beispiel auf einem ganz anderen Tabellendokument liegen. Ich fange jetzt erstmal an hier mit der Funktion Filter. Das heißt, ich wähle mir hier diese Zelle aus, möchte aber auch erstmal Überschriften haben. Ich markiere mir hier einfach diesen Bereich mit STRG-C oder rechte Maustaste und kopieren und füge die jetzt zum Beispiel hier ein mit STRG-V oder rechte Maustaste und einfügen. Hier drunter möchte ich jetzt den Filter sozusagen anwenden, also die Funktion Filter. Das heißt, ich gebe ein Gleichheitszeichen ein, schreibe Filter, Klammer auf und hier wird mir schon angezeigt, was sozusagen an Parametern erwartet wird. Als erste der Bereich und der Bereich ist ja das, wo unsere Daten sozusagen sind. Das heißt, nach der geöffneten Klammer wähle ich mir einfach diesen Bereich hier aus. Wer das zum Beispiel, ihr seht, die Koordinaten werden eingetragen, A2 bis D15, A2 bis D15. Aber wer das zum Beispiel bis ganz nach unten haben will, der nimmt einfach die 15 hier raus und löscht die und dann seht ihr, die Markierung, die wird bis nach ganz unten, da gucke ich jetzt nicht nach, aber es geht relativ weit nach unten, wird das markiert. Das heißt, der ganze Bereich ist sozusagen jetzt angegeben. Als nächstes gebe ich ein Semikolon ein und dann kommt die Bedingung. Und die Bedingung müsst ihr euch vorstellen, ja, wir können uns jetzt sozusagen aussuchen, was wollen wir filtern. Möchte ich zum Beispiel nach einem bestimmten Namen filtern, dann gebe ich erstmal den Bereich an, wo die Daten sind. Und da müsst ihr natürlich darauf achten, dass das von der Bereichsgröße immer gleich ist. Nicht die Spalte an sich, sondern nur die Länge sozusagen der Auswahl. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte die Namen zum Beispiel hier filtern und möchte hier zum Beispiel nur Müller rausfiltern, mache ich das folgendermaßen. Ich gebe sozusagen dann auch B2, hier steht ja A2, also wir wollen ab B2 anfangen. Also gebe ich B2 ein und dann bis Ende der Spalte B, weil wir haben ja auch bis Ende der Spalte D das Ganze jetzt ausgewählt. Also gebe ich nur ein B ein. Wenn ich natürlich das hier bis hier unten gemacht hätte, zum Beispiel bis 15, also bis D15, dann hätte ich jetzt hier auch B15 eintragen müssen. Meine Bedingung ist natürlich, ich will alles raussuchen, was mit Müller zu tun hat. Also gebe ich ein Gleichheitszeichen danach ein und schreibe in Anführungszeichen einfach Müller. Anführungszeichen oben wieder, Klammer zu und ihr könnt natürlich weitere Bedingungen hinzufügen. Das machen wir auch gleich. Aber ich will jetzt zum Beispiel erst mal nur Müller. Also Klammer zu, Enter gedrückt und zack, schon haben wir alles, was mit Müller zu tun hat. Total cool. Wir haben jetzt allerdings alle Produktgruppen und alle Umsätze. Und wenn ich jetzt hier nochmal die Filterfunktion aufrufe und noch ein bisschen nachbearbeite, dann kann ich hier hinter sozusagen weitere Parameter eingeben, weitere Bedingungen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich will nur Müller und nur Fernseher, dann mache ich einfach ein Semikolon, schreibe dann sozusagen wieder von diesmal C2, weil wir wollen ja ab hier anfangen. Und das ist auch wichtig. Wie gesagt, ihr müsst das entsprechend sonst überall anpassen. Also C2, Doppelpunkt bis Ende der Spalte C, also ein C und dann ein Gleichheitszeichen und in Anführungszeichen schreibe ich jetzt zum Beispiel Fernseher. Anführungszeichen oben, Enter gedrückt, zack und ihr seht, ich habe hier jetzt nur noch Fernseher. Würde jetzt hier ein Fernseher bei Müller hinzukommen und das mache ich jetzt einfach mal. Hier ist ja Müller mit Kameras nochmal. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Fernseher eintrage und Enter drücke, dann habt ihr gesehen, passt sich das automatisch wieder neu an. Also ich finde die Funktion total cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur gucken will, ja, Umsätze über, ich sage jetzt mal 400 Euro, dann würde der jetzt hier verschwinden, der obere Eintrag. Und das machen wir einfach mal. Ich gebe einfach noch einen weiteren Parameter ein. Ich mache das hier mit einem Doppelklick. Wir können das natürlich auch hier oben machen. Ist eigentlich egal. Ich mache das jetzt mal hier oben. Und zwar wieder ein Semikolon. Dann müssen wir ja, ich mache das mal ein bisschen kleiner hier, dann müssen wir das ja von Spalte D sozusagen nehmen. Das heißt, wir geben hier D2 ein, Doppelpunkt D, also wieder gesagt, bis zum Ende der Spalte sozusagen. Dann habe ich gesagt, nehmen wir größer, meinetwegen jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, größer 400, damit wir halt nur 5 und 900 haben. Das heißt, ich gebe ein größer Zeichen ein und dann einfach nur 400. Und wenn ich jetzt Enter drücke, zack, dann bekommen wir nur diese beiden Einträge. Also ihr seht, total easy, diese Filterfunktion anzuwenden. Also ich finde das absolut klasse. Was ich jetzt noch mache, damit ihr noch ein bisschen flexibler seid. Theoretisch sind wir schon fertig. Aber wir werden das mal hier rausnehmen. Das heißt, ihr seht ja Müller, Fernseher und die Größe des Umsatzes. Das werde ich jetzt mal hier rausnehmen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier zum Beispiel den Namen. Also hier schreibe ich zum Beispiel jetzt Müller. Darunter die Produktgruppe und darunter meinetwegen, ab welchen Umsatz ich sozusagen alles sehen will. Das heißt, das was sozusagen jetzt alles im Filter steckt, das werden wir jetzt auslagern, ein klein wenig. Das heißt, total einfach die Sache dann zu bearbeiten. Da muss man nicht sozusagen immer hier im Filter rumkramen und das alles anpassen, sondern wir machen das hier. Ich werde hier noch kurz ein Währungssymbol angeben, also dass wir hier ein Währungssymbol haben. Und ich klicke hier nochmal doppelt drauf und passe jetzt hier sozusagen das an. Das heißt, da wo jetzt in Anführungszeichen der Name steht, können wir das Ganze sozusagen jetzt rausschmeißen oder eben einfach nur markieren und hier raufklicken. Dann werden die Koordinaten sozusagen eingetragen. F2 und das steht jetzt hier. Müller müssen wir natürlich rausschmeißen. Das hat er jetzt gerade nicht gemacht. Das heißt, das muss weg. Und beim Fernseher machen wir das genauso. Auch wenn ich das jetzt markiere und jetzt hier raufklicke, dann bleibt das mit dem Fernseher. Also das heißt, mit der Entferntaste müssen wir das wieder löschen. Und das gleiche hier mit der 400, das schmeiße ich raus, lösche das diesmal direkt und klicke dann hier rauf. Wenn ich jetzt Enter drücke, zack, dann seht ihr, hat sich nichts geändert. Aber sobald ich hier zum Beispiel mal Schuster eintrage und Enter drücke, dann seht ihr, bekommen wir hier Schuster. Gebe ich hier zum Beispiel Kameras ein, drücke Enter, dann seht ihr Produktgruppe Kameras. Und wenn ich jetzt sage, ich will alles sehen, ja ab 0 Euro zum Beispiel, dann seht ihr, kommt sogar noch ein Eintrag hinzu. Also ich finde die Funktion super cool, weil ihr seht ja total einfach zu machen. Filter, Bereich angeben und dann die einzelnen Kriterien, alles getrennt durch ein Semikolon. Wie gesagt, im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie ihr die Funktion Filter mit der Funktion Import Range sozusagen kombinieren könnt. Dadurch könnt ihr dann auch auf, ja, Tabellendokumente zugreifen, die, ja, nicht hier, also nicht auf die Daten von hier, sondern halt auf Daten aus einem ganz anderen Tabellendokument. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich natürlich über ein Like und wenn ich euch bei weiteren Tutorials dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao! Ciao, ciao!